So, willkommen zurück zu Overwatch meine Freunde, ich bin Hi4UO, wir haben immer noch sehr früh am Morgen, die letzte Runde hatten wir ja grandios gewonnen gehabt. Diese Runde, schauen wir wie sie wird, sie ist auf Route 66. Zwei Leute haben bei uns im Thema gar nicht gepickt, alles klar. Na ja, da bin ich ja mal gespannt. Hier. Look at my golden balls. Ja, die bin ich mal gespannt wie wir auf dieser Map sind, weil ich mag diese Map eigentlich nicht so. Will die mich runterschubsen? Ich genieße die Ruhe, auch wenn sie nicht lange anhält. Guck mal, willkommen to deadlocker. Passt das sogar auf mein Spray? 5, 4, 3, 2, 1, Angreifer nähern sich. Ist das dein fucking ernst? Halten Sie die Kraft auf. Oh, das ist sowieso schon so eine Skill. Oido. Ich hab noch mal mit Shots kassiert. Der war wirklich scheiße, ne? Können wir vielleicht mal die Leute hinter einem sind, äh, erledigen? Oh mein Gott, ey. So rein haben wir schon mal. So, Alter, was bin ich denn hier für ein Killer gerade? So. Können wir her. Ja genau, bleibt da, wo man sich nicht heilen kann, ey. Natürlich schlau. Ja, scheiße, wenn du direkt mit mir gerufen bist, ne? Okay. Einer ist gelieft. Sehr schön. Damit hab ich gerechnet. Was? Ich bin heraus. Nein. Aber. Wie er mich aus der Distanz holt, natürlich. Ja, ist natürlich geil. Wenn wir... Noch einer verlassen, ne? Komm mal. Ja, sowas finde ich kacke. Sowas finde ich kacke. Ja, weil die können jetzt durchpushen. Weißt du, der Reinhard? Das war der Reinhard, ja. Hallo, lass mich jetzt mal auf meinem Dienstag gucken, mein Gott. Don't fuck with her, Senyatta bitch. Aber wir hatten ja auch nicht, kann man nicht gewinnen. Ne. Klar, ich bin nicht pessimistisch und so weiter, aber ey. Das ist auch nicht so. Und der Bequim, ich ernsthaft zu... Oh. Okay, der Watercold mich. Ja, was wollen wir da machen? Ja. Dann werden wir auch gleich deine Mutter rauslieven. Dann werden wir heute... Wenn wir jetzt in der Runde dann zwei Folgen... Beziehungsweise eine Folge, wenn wir jetzt zwei Runden dann haben. Weil ich will mir das nicht geben. Mit wegen einem Idioten... ...meine Zeit wasten zu müssen, weil... Das Gegnerteam ist jetzt auch nicht... ... total scheiße, wie man sieht. Ja. 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 So, hier kommt, ich schalte euch mal. Oh! Schnell, Alter. Machen wir dasselbe. Ich kann mich auf den Bock aufstehen. Sorry. Ich hab immer einfach die Streppe. Oha. Oh, McGree. Drecksack. Ist der wieder da? Oh, er ist wieder da. Ui. Dann doch nur eine Runde in dieser Folge. Ui. Trotzdem, ja. Scheiße. An ihm geht auf jeden Fall dieser loose. Du wirst die nächste Runde komplett rasieren. So, ich werde mit dem Team. Das Team lässt sich zu hart pushen. So. Oh, das ist ja noch ein Reinhard. Auch das noch. Komm doch mal her. Mein Gott, Tracer. Vielleicht hast du nicht ein Team, die immer switcht, wenn ein Gegen ausswitcht. Ist mir nicht so nervig. Ich kann keine Runde. Naja. Ich kann keine Runde. Ich bin zu mir. Ich bin zu mir. Ich bin zu mir. Ich bin zu mir. Ja, lass mal rein. Müssen wir treiben drücken hier. Ja, natürlich. Gib mir die Headshots, McGree. Die. So. So. Ich kann schon wieder ne Meurer oder so. Oh, Entschuldigung. Oh. Du kommst los. Und die Widow, Mann. Das ist trotzdem ein gutes Gameplay von mir, finde ich, ja, das habe ich eigentlich angemessen trotzdem. Alter, das sind die Runde auf jeden Fall, Sonne und alles, ich habe doch auch meinen Spaß, müsste ich gestehen, ich will vorher noch keine Weile auf die Schnauze, aber ich habe Spaß, irgendwie, ich weiß auch nicht warum, ich muss es echt immer so machen, ich spiele auf Watch, dann mache ich mir nie mal ein paar Wochen, fähre ich auf, eine Stunde kannst du dir in den Arsch schieben, aua, so, McQueen kannst du überhaupt sterben, warum gebe ich nehme keine Headshots, warum nicht, mein McQueen, das ist halt nicht so ätzend, er hat mich geholt, scheiße, ich habe ihn aber auch nicht getroffen, wirklich ey, fuck, ah, oder, doch, wir haben sie noch vor dem Punkt aufgehalten, what, okay, hätte ich jetzt echt nicht erwartet, wuh, unbelievable, what the fuck, krass, krass, okay, kill all, würde ich sagen, du, 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 du Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö das wahre selbst ist Uniform. Das wahre selbst ist Uniform. Ja das beste Update ist immer noch das hier man kann das Brötchen endlich weg schießen. Ich weiß nicht wie lange haben sie gebraucht, nur das denn ein Jahr oder so, ne? Plus nochmal die Beta-Zeit, also zwei, drei Jahre haben sie dafür gebraucht. Ich bin besser, Zenyatta. Mir gefällt dir gar nix. Lustigerweise, ich hab in den ganzen Runden bis jetzt noch keine einzige Brigitte gesehen. Brigitte ist eigentlich auch so überpowered momentan, aber man sieht sie irgendwie nicht. Schau mich, warum. So. Mag ich nicht. Oh, ich will das Knöpfchen drücken, oh, das ist schon. Drum. Die Hörer haben sie schon mal, die wird mich auch benerven. So. Oh so, die Hörer ist schon, äh, die Hörer ist schon tot, nice. What the fuck. Ich bin besser als Zenyatta, verpiss dich, sag ich doch. Ja, komm her. Schau, ich wollte eigentlich schon durchschießen, aber gut. Oh, oh, das ist schon tot. Komm her. Ja. Ja. Und da ist er tot. Und jetzt laufen einzeln rein, ne? So, das schon. Ja, die laufen nicht nach, alter. Ah, Endshot. So, kannst du auf die... Aua, dann krieg ich den Rocket gefressen, alles klar. So, sehr schön. Jetzt haben wir... Als ob das jetzt läuft. Hä? Es ist komplett das Gegenteil, was ich erwartet hatte. Oh, wie schnell wir sind denn alles. Ähm, bis du den Punkt kommst, haben wir schon gewonnen. Oh, da hab ich im Zenyatta aber noch einen Headshot reingedrückt. Ja, komm her. Da. Schaut uns. Oh. Das ist ein Jatta. Aua. Aua, wo kommt die denn jetzt her? Mann. Der Kugelmann wurde getötet. Als ob. Das war jetzt mal viel zu leicht. What the fuck? Was ist passiert mit der Runde? Ich komme da gerade nicht drauf klar. Bestien ist immer noch OP. Das fuck. Da habe ich auch schon vorhin gespölt eigentlich. Danke an meinen Kumpel. Neu. So. Einfach hinstelle und wegficken alles. Neu. Ja gut. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.